Ja, hallo und willkommen hier zur 17. Folge Supremacy 1914 mit England auf der 100er Karte in unserer Solo-Sieg-Challenge gegen Aquila. Wir haben es, Tag Nummer 19 und wir stehen auf Platz 1 mit 251 Siegpunkten. Ja, Aquila hat Platz 2 erreicht, Kuban ist jetzt nur noch Platz 3, also es kommt so ein bisschen Bewegung in die Materie rein. Nein, wir wurden in der Nacht von Deutsch-Tansanie angegriffen, der KI, das hatte sich ja schon eine ganze Weile angebahnt. Wir hatten ja hier dieses große Problem, dass wir hier eine sehr schlechte Beliebtheit hatten, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass wir hier dadurch dann natürlich erstmal wahrscheinlich beiden Angriff zu befürchten haben. Das ist jetzt in der Nacht passiert, kommt natürlich so ein bisschen zur Unzeit, ist natürlich ein bisschen blöd, sollte aber trotzdem unterm Strich nicht das Problem sein. Wir wissen, das KI nervig, aber mehr auch nicht. Ich habe gestern Nachmittag noch sämtliche Produktionen in unseren Fabriken abgebrochen. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass hier einige schon seit 2-3 Tagen produziert haben. Das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass noch bis morgen früh zu warten und dann schmeiße ich hier alles wieder an. Dann müssen die Fabriken hier wieder powern, dann werden hier gleichzeitig mehrere Schlachtschiffe hergestellt. Und dann werden wir hier, ja ich denke mal sehr schnell auch wieder auf einen grünen Zweig kommen, was die Truppenproduktion angeht. Ich habe jetzt vor, mit dieser Flotte hier rüber zu ziehen und ich habe mir das Ganze hier mal ein bisschen angeguckt. Also wir haben hier mehrere Produktionsprovinzen, die natürlich sehr leichte Ziele wären. Also wir haben jetzt hier Havanna, wir haben die Provinz daneben, wir haben hier die Doppelgetreideprovinz. Das sind schon mal drei Fabriken, die wir von hier wahrscheinlich erreichen können. Dann haben wir hier drüben noch eine Produktionsprovinz, die wir auch sehr schnell erreichen können. Ich vermute, dass in Salina Cruz auch irgendwas steht. Das könnte auch in Mexiko City noch irgendwas stehen. Und hier oben kommen wir dann schon überall nicht mehr ran. Also wir könnten hier diese Produktionszentrum ganz leicht erreichen. Wir müssen nur mit unseren Schlachtschiffen da hinkommen. Und wir wissen von einem Schlachtschiff von Aquila, das müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber das Gute ist, wir haben hier mehrere U-Boote. Vier Stück, beziehungsweise fünf Stück. Und die werden wir dazu nutzen. Heißt, wir werden unsere Flotte so ein bisschen hier außerhalb parken. Das passiert in 18 Stunden und werden zeitgleich mit den U-Booten hier unten damit beginnen, Aquilas Truppen auszulöschen. Entschuldigung. Beziehungsweise versuchen hier die Flotte auszulöschen. Wenn wir das geschafft haben, können wir hier ordentlich Stumpen machen. Dann zerstören wir eben hier die komplette Produktion. Oder wahrscheinlich einen Großteil der Produktion. Und. Ja. Gut, man könnte natürlich auch sagen, wir warten einfach, bis die hier mit Brasilien irgendwie irgendwas machen. Weil es kommt irgendwann sowieso der Punkt. Aber das ist halt. Weiß es nicht. Dann könnte man hier doch. Dann könnte man die doch lieber auf. Kuban hetzen, die Flotte. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Ich meine, auf der einen Seite ist das hier echt schmackenfatzes Ziel. Also das ist, ohne groß zu zögern, könnten wir da auf jeden Fall was machen. Andererseits will ich hier Kuban endlich weg haben, den Idioten. Das ist krass hier. Die Panzerwagen waren gestern nämlich auch noch nicht da. Und die sind nicht hier gefahren gekommen. Die Panzerwagen sind gefahren gekommen. Die sind schon wieder mit Gold erkauft. Die sehen genauso. Das ist einfach abartig. Der goldet hier ist... Boah ey. Ne. Wir kriegen das aber hin. Also unterm Strich, der kommt hier, der hat hier schon hunderte von Euro ausgegeben. Er kommt hier aber keinen Meter weiter. Also unterm Strich ist das hier alles kein Problem. Das Problem, was halt einfach nur ist, ist, dass es nervig ist, weil wir hier einfach nicht vorankommen. Und egal wo du angreifst, es kommt immer in ein Stack mit 30 Panzerwagen. Das ist, du kannst angreifen, wo du willst. Also wahrscheinlich könnten wir hier mit 10 schweren Panzern anrücken auf die Level 5 feste. Und dann stehen da halt 70 Panzerwagen drin. Also mein größtes, mein Wunsch ist es eigentlich, dass wir Afrika hier fertig machen und dann den Weg gehen. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Hier hinten rein. Dann, was wir hier einfach nur noch halten, weil alles andere macht halt absolut keinen Sinn gegen diesen Goldmarkspieler. Ich will jetzt auch meine letzten Goldmark, die ich jetzt hier noch gekriegt habe, auch wieder nicht verbrauchen. Also ich bin eigentlich jetzt aus der Meinung, ich werde jetzt nicht weiter mehr reinstecken. Sondern ich werde jetzt einfach nur noch mit unserer überlegenen Produktion. Wir haben mehr als doppelt so viele Provinzen. Oder wir haben da doch mehr als doppelt so viele Provinzen. Wir haben eine doppelt so hohe Produktion. Da werden wir das irgendwie ausgeglichen kriegen. Ansonsten gucken wir jetzt auch mal, dass wir hier wieder die Baracken bauen. Auch da müssen wir mal wieder ein bisschen aufholen. Da haben wir gebaut. Das ist okay. Hier müssen wir noch bauen. Einfach um auch da wieder so ein bisschen mehr Infanterie zu generieren. Genau, dann haben wir das erstmal. Also ich denke mal zwei Baracken. Prinzip hier erstmal okay. Wir können hier, ne, wir da haben wir einmal gebaut. Ja, dann bauen wir erstmal wieder zwei Baracken aus. Hier unten Willi noch nicht. Hier sind noch die Feinde zu nah dran und unsere Truppen zu schwach. Um das hier dann effektiv zu bekämpfen. Wohl, ach komm, Schmessorf. Mach mal so. Gut, ne, dann werden wir das jetzt machen. Dann warten wir mal hoffentlich, dass sich Basiliens, Chile, Aquila irgendwann hier noch biefen. Und wir werden mit unserer Flotte jetzt doch nochmal hier Richtung Kuban ziehen. Ich denke, das ist ein besserer Weg. Und dann gehen wir hier einfach nochmal rein und machen hier nochmal ordentlich Stunk. Dann soll er mit seinem Panzerwagen hier nochmal sonst noch was machen. Und genau. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.